Der Hase Die Hasen sind eine Säugetierfamilie aus der Ordnung der Hasenartigen. Die bekanntesten Vertreter sind Osterhase Falscher Hase Wildhase Feldhase Schokohase Schneehase Stallhase Versuchskaninchen Keinohrhase Angsthase Zwergkaninchen Der Hops Und der Piranhas Der männliche Hase, gut erkennbar an seinen Haselnüssen, wird vom Fachmann als Hassan bezeichnet. Das Weibchen wird Bunny genannt. Ist ein Bunny fehlerbehaftet, so ist es ein Wachs Bunny. Bei gegenseitiger Hassliebe zwischen Hassan und Bunny rammeln die beiden volle Möhre. Nach Has und Hasst sich Wochen kommen bis zu zwei hässliche Häschen zur Welt. Hasen hassen Hass. Sie sind eher langsam unterwegs. Hasen sind Nutztiere. Sie sind süß und schmecken vorzüglich. Außerdem gilt ihr Kot, der sogenannte Hassschisch, als berauschende Droge. Der Jäger, der natürliche Feind des Kanickels, hat spezielle Bezeichnungen für das bejagte Tier. Er nennt den Hasen Meister Lampe, seine Ohren Löffel, seinen Schwanz Blume und seine Augen Lichter. Wurde zu hart am Hassschisch gezogen. Der Hase als Allesfresser gilt als Mümmelmann der Natur. Die größten wildlebenden Hasenpopulationen gibt es derzeit in Haserbaidschan, Honduras, Pasachstan und auf den Bahamhas. Übrigens, an alle Menschen, die behaupten, sie wüssten, wie der Hase läuft, erhoppelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017